Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Channel. Heute machen wir eine kleine Meisterschaft mal wieder, nämlich mit Maximal S298 auf Heckantrieb. Und dafür dachte ich mir, nehmen wir mal wieder einen McLaren, so wie wir es in der letzten Zeit schon mal gemacht haben, nämlich den 2013 an der McLaren P1. So, den bauen wir jetzt ein bisschen auf und dann bauen wir den Meisterschaft, würde ich sagen. Dann halten wir uns nicht lange auf, ich würde sagen, wir gehen mal hier in Upgrades rein. Entschuldigung, und dann gucken wir mal ganz kurz hier. So, wir fangen mal rechts an. Antrieb können wir theoretisch umbauen, gucken wir zum Schluss dann vielleicht mal, ich glaube, da kommen wir eh auf X. So, hier können wir nur diese langweilige Sache machen. Das sieht, das sieht interessant aus. Mich würde interessieren, ob das, naja, es sah gerade erst so aus, als ob es breiter wäre als das Auto. Na, egal. So, wir gucken weiter. Hier bei Reifen, was haben wir da? Können wir nur ein bisschen wechseln hier. Aber, das ist auch ehrlich gesagt, egal. Dann machen wir mal so komplett bright. Für maximalen Grip, weiß Bescheid. So. Zack. Alles klar. Dann natürlich noch das Getriebe, damit wir schön schalten können. So, und noch einstellen, ganz wichtig. Das habe ich noch vergessen. Hier können wir nichts machen. Hier gucken wir vielleicht später mal, dass wir da noch ein bisschen Gewicht rausnehmen, weil ich würde gerne, ich weiß nicht genau. So, das bauen wir auf jeden Fall noch ein hier. So, dann würde ich sagen, wir testen das so erstmal. Wir bauen das mal kurz ein. Und dann gucken wir mal. So. Tuning. Hier unten ist es. Schauen wir mal. So ein vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wer ich ehrlich bin. Äh, das gucken wir nachher. Das stellen wir so mal ein. So. Das hier auf 6 vielleicht. Äh. Das stellen wir vielleicht noch ein bisschen höher. So. Zack. So. So. Das gucken wir gleich noch mal. Überallverzögerung. Wie ich hier hinten gerne noch ein bisschen runtergehe. So. Dann gucken wir mal. Übersetzung. Wir gucken mal. Können wir noch ein bisschen Geschwindigkeit rausholen? Jo. Aber ganz schön ordentlich. Du, ich sehe das gerade hier. Äh. Ja. Ein bisschen geht noch. 37,9. 37,7. 37,8. 8. 8. Bitte nicht. 9. 9. 9. Äh. 8. Dann lassen wir das so. Und dann gucken wir noch in die Brams in Orion. Nein. Das war falsch. Ich wollte erst hier gucken. Okay. Ähm. Okay. Vielleicht müssen wir doch erst hier. Ich glaube da tut sich nicht mehr so viel, oder? Na doch ein bisschen. Ähm. Ich wollte gerade sagen. Wenn wir das jetzt noch weiter geschoben hätten, hätte ich mich gewundert. Äh. Na gut. Lassen wir es so. Dann gucken wir hier nochmal. Diese Bremseinstellung kommt mir sehr komisch vor, muss ich sagen. Ähm. Okay. Ich lasse das so mal. Wir stellen das so mal fertig ein. Und jetzt gehen wir mal auf die Straße. Wir fahren das Ding jetzt mal. So. Wir stehen natürlich genau falsch. Warum wusste ich das vorher? Ja. So. Äh. Fahr mal hier links. Würde ich sagen. Bäh. Nicht zu viel Gas auf einmal. Das ist tödlich. Fahr mal links, würde ich sagen. Obwohl die Bremsen packen recht gut. Auf den ersten Eindruck zumindest. Ich glaube das Gewicht lassen wir sogar weg. Tatsächlich. Ich würde auch gerne. Ähm. Ohne Eilwand fahren. Dat wollte ich sagen. Man muss immer erst überlegen was man sagt bevor man redet. Wir sind ja keine Politiker oder Rentner. Wir überlegen vorher bevor man reden. Nein. Dat ist immer wichtig. So. Dann gehen wir mal hier gucken. Ja. Ja. Das war jetzt zu spät gebremst. Das war jetzt zu spät gebremst. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal so, dann gucken wir mal hier weiter. Ein bisschen bremsen, das hilft auf jeden Fall erstmal zum Gucken ab und zu. Und das hilft auch. Ich muss mal ganz kurz, ich glaube, ich habe meine Kopfhaut zu leise eingestellt, kann das sein? Kante, könnte, könnte, könnte Brigitte das sein? Ich glaube natürlich, war es so. Verdammt. Na egal. Ah, komm, warum? Boah, Hilfe. So, jetzt. Gucken, ob wir hier rechts irgendwo mal gleich reinfahren könnten. Das würde ich schön finden. Wo wäre das denn? Hier vorne. Ja. Komm, schauen. Grip. Das Motto-Magazin. Nein, natürlich nicht. Also hier zumindest nicht. Wieso brems ich immer zu spät, Mann? Da drückt mich immer auf. Nervig. So, jetzt seid ihr aber hier. Ich kann heute kein Auto fahren. Na wie schön. Äh, ja. Äh, ja. Äh, hinten vielleicht ein bisschen weicher, als ich denke. Bittern ein bisschen weicher. Wir gucken mal, was hinten weicher bewirkt. Äh, hier. So. So. Äh, so. Und hier vielleicht auch. So. Zack. Okay. Dann gucken wir mal. Hier müsste ich gleich irgendwo. 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 Ja, hier. Ah, die Bremsen sind scheiße eingestellt. Wer hätte es gedacht? So. Ja, ich finde das schon ein bisschen besser tatsächlich. Der Radsturz macht mir ein bisschen Sorgen gerade. Den gucken wir uns... Nein, den gucken wir uns jetzt mal an. So. Könnte, glaube ich, noch ein bisschen mehr tatsächlich vertragen, würde ich sagen. Oder, oder nicht. Ich fange vorne mal rechts. Obwohl. Na, doch, hätte ich gesagt. So ein kleines Stück mehr. Ein kleines Stück mehr. Äh, vorne machen wir mal 1,5. Ja. Toll. Ähm. Ähm. Ne, keine Ahnung. Ähm. Ich lasse halt mal so auf 1,5. Machen wir nur 1,2 von mehr. Vielleicht geht da der noch ein bisschen besser. Ah. Das ist jetzt wieder kein Referenzwert, weil ich mal heute keine Ahnung fangen kann. Nein, 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 nein. Äh, keine Ahnung mehr, ich habe da einstellen können. Ich habe gerade, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch, was ich jetzt machen soll. Ich mache mal, 0,5 Grad mehr. Nein, mache ich nicht. Leider ist stum, Mann. Mache ich nicht. 0,2 mehr, würde ich eher machen. Aber 1 oder 1,5 mehr, da fühlt sich erstmal ein bisschen viel an. 1,5, 2, lasse ich mal so jetzt. Äh, hier. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde. Ich gehe mal nachher raus. Ich würde jetzt gleich nochmal kurz Getriebe und Bremse überarbeiten. Aber sonst würde ich sagen, so lasse ich es mal. Ja, sehr schlau gefahren. Alles klar. Aber ich würde es so eigentlich nicht lassen. Dann gucken wir jetzt nochmal an Getriebe und Bremse und dann machen wir die Meisterschaft. So. Wo sind wir hier? Ich glaube, da geht nicht mehr, oder? Nein. So. Zack. Äh, die stelle ich nochmal auf Standard. Warte mal. Das war falsch. Hier hole ich hin. So. 75,4. 5. Komma 6. 6. Wird es nochmal weniger? Oder nicht? Anscheinend nicht, würde ich sagen. Ne. Wird nur mehr. Alles klar. 75,3. 75,6. 75,3. Weniger wird es nicht, oder? Ne. Ach doch, da wieder. So. Zack. Ne, wir müssen es so lassen. So stelle ich es nochmal um. Vielleicht fährt sich das so schöner jetzt. Entschuldigung. Oh, wir haben noch einen siebten. Alles klar. So, jetzt dürfte es, ja, das finde ich besser zum Bremsen. Das finde ich schöner. So, dann gucken wir mal, wo er drin ist. Das ist, ich gucke lieber hier. Warte. Da, nein, da war es nicht. Ich bin immer gut vorbereitet. So, warte, hier. Das wollte ich fahren mit euch. Da wollen wir hin. Da fahren wir jetzt kurz hin und dann machen wir das. So. Hilfe. Also, ich finde die Bremsen viel besser, muss ich sagen. So, wie ich sie jetzt im Nachhinein eingestellt habe. Viel schön. Moin. Ja. Die neuen Bremsen sind sehr viel besser. So. Na, so ein Handling-Monster sollte ich ehrlich gesagt noch nicht erwarten. Wir haben das Ding, na, wir können noch Gewichtsreduzierung machen, aber danach haben wir das Ding eigentlich voll aufbaut. Deswegen ist das eigentlich schon okay, so wie sich das gerade für mich fährt. So. Ist von mir jetzt gerade sehr schlau, hier so lang zu fahren. Da fährt sich das Auto nämlich am besten, habe ich gehört. Am besten fährt sich das da. Ja, sogar mit Driften geht das hier. Guck dir das an. So, jetzt aber hier. Äh, hier geht's lang. Äh, zack. An Meisterschaft teilnehmen. Wir machen das da mal. Ein Ferrari Dino gibt's übrigens. Ob Sonne oder Regen, das Frühlingssaisonrennen wird super. Vertrau mir. Dann vertraue ich dir mal. Dann fackeln wir nicht lange, es geht los. Ich hasse jetzt schon wieder alles, weil wir bei Regen fahren. Och, Mann. Fahr weiter, Mensch. Ich hab gute Bremsen. Du nicht, ich weiß, aber ist mir egal. Ja, dankeschön. Dankeschön fürs Abgaben. Dankeschön. Ich fahr dir auch immer von der Seite rein. Mach ich jeden Tag. Mann. Dritter Platz aktuell, das reicht mir nicht. Ich will mindestens zweiter werden. So wie sonst so. Und nicht zu spät Bremsen. Da, 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 da. So. Ja. Federt ein bisschen viel aus, finde ich. So. Tja, aber fährt sich recht gut im Regen, muss ich sagen. Und war einigermaßen im Gericht, der Ding. Boah, Alter, ich kann echt ne Laune fahren heute. Es tut mir dann aufrichtig leid, aber es geht echt nicht. Ist echt nicht normal, weil ich hier grad fahre. Natürlich. Alter, die rollen von hinten sogar auf. Ey. Ich reg mich grad so auf darüber, ey. Echt nicht normal. So, da konnte ich grad noch ein bisschen Zeitgut machen. Aber die sind so weit vorne. Durch mein nicht-fahrerisches Können, werde ich die nicht mehr einholen. Das tut mir leid. Inkleid. Hahaha. Äh, ernsthaft. Fick dich doch einfach, ey. Lern Autofahren, Kollege. Das ist echt nicht so schwerer. Mann, nervig. Häh, der Schwede. So schwer kann es ja nur richtig sein. Meine Güte, ne. Na egal, immerhin noch dritter Platz. Oh, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. So, dann machen wir mal das nächste reinein. Äh, wo ist denn das? Hier unten links wäre das. Das hier. Oder. Äh, wo ist eine andere eigentlich? Gib mir nur zwei an. Hier ist der dritte. Okay, alles klar. Fahr mal schwix. 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 Ficks. Wie komm ich auf schwix? Schwix. Vielleicht hat mein Kopf gerade an Twix gedacht. Adam, nein. Egal, Schwix. Schwix geschwind. Wie das kleine Kind. Ne, keine Ahnung. Was backt denn er durch die Gegend hier? Was soll denn das? Gut. So. So. Schwix geschwind. Und J'sche Krankheit, oh man, so, give away, give away, ha, so, zack, 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 weh, ey weh, wir fahren nochmal bei Regen, dann krieg ich nen Anfall. Dann geht es los. Scheiß Start. So, dat is schön, dat war auch schön überholt, dat grad nicht. Äh, so, weg, weg, man, weg, meine Güte, quetsch mir doch nicht ein hier. Soll'n dat. So, wieder auf dem dritten Platz, vielleicht kann ich ja mal auf den zweiten fahren, dat wäre schön. Alter, drück mir nicht weg. Meine Güte, ne. So eine Scheiß-KI. Boah, nervig. So. Oh, vielleicht komm ich sogar noch auf den ersten. Also ich fahr als erster durchs Ziel, ne. Ich komm auf den ersten, dat wär ja ein bisschen dreckig, ne. Dat wollen wir ja nicht. Ich hab sechs hier. So, erster Platz, find ich schön. So, erster Platz, find ich noch auf den zweiten. So, dann würd ich sagen, fahr mal zum letzten. Wo geht es denn hin? Das war hier drüben, ne. Ja. Zack. Sechs Kilometer noch. Fahr'n wir mal. Jetzt schon im siebten hier, das ist nicht mehr normal. Oh, hier müssen wir lang. Äh, Hilfe. Nein. 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 Ein bisschen nackt. Bitte. Ja, ein bisschen in die Driftzone hier. Natürlich. Inkompetenz beim Fahren. Äh, ist mit dem Auto vielleicht auch nicht die beste Idee. Ich geb's zu. Boah. Boah. Ein Stern. Treib nicht. Aber macht auch ein bisschen Spaß, das Ding mal im Gelände zu fangen. Das ist löblich. Das ist löblich. Ja, wenn man's richtig kontrolliert fahren kann, dann macht das nichts aus. Aber, wenn ich fahre, dann macht das nichts. So. Wie man hier zum Beispiel sehen kann. Boah. Hilfe. Äh. Ein kurzer Blick auf die Strahlen zum Radbauer. Zum nächsten. So. Zack. Auf zur letzten Veranstaltung. Auf geht es. Aus dem Rundkurs natürlich. Ach, da wird's schön eng. Hau ab. Mann. Alter. Knall ich mir nicht in ne Kirre. Kiste rein. Oh, jetzt juckt's in der Nase. Ernsthaft. Och. Leg mich doch am Arsch. Ja, der Körper hasst einen immer. Wir kennen das ja alle. Ja, gibt immer noch so viel Gas hier. Sehr gute Idee. Lern's immer noch nicht daraus. Aber ist okay. Lernfähig wie so ein Kastenkneter, weißt du? So. So. So, er zieht jetzt echt raus. Ach, doch nicht. Mensch. Aber er hat mich eben abgedrängt. Dann mach ich das jetzt auch mal. So. So. Ah, komm, warum? Komm. Leider nur auf dem siebten Platz. Das find ich grad belastend. Endlich mal eine Kurve, die ich gut gebremst hab. Das fand ich gut. Kann ich hier mal von innen so ein bisschen nachgegensteuern. So. So nicht. Oh Mann, ey. Fahr doch nicht so ne Scheiße zusammen, ey. Natürlich bremst er. Warum bremst man in dieser Kackkurve, ey? Wieso überhaupt nicht bremsen, ey? Mann, ist das unnötig. Mann. Hein. Nein. Mann. Noch hundertmal. Dann spul der wieder einen 100 Minuten zurück. So. Komm schon, mindestens 2, da muss ich werden. Nicht gut. Jetzt zieh ich mal voll durch. Wenn ich jetzt wieder den Bremspunkt gut erwische, weiß ich natürlich nicht. Aber ich spüre nicht 100 Mal zurück. Komm schon. Da rum. Man, nervig. So, einen brauche ich noch. Oh, das könnte noch mal eng werden. Das war noch mal eng. Ich bin mindestens 2 da. Alter, ist das behindert. Natürlich. Und ich werde es natürlich nicht neu starten. Ist logisch. Oh Mann, ey. Alter Schwede. Na, von mir aus habe ich mal eine Sache nicht abgeschlossen. Ist mir auch, ehrlich gesagt, völlig egal. Na, egal. Ach, ja, schon schön. Na, egal. Juckt mir nicht. Ganz einfach. So. Wovon wir gleich wieder 5 KIs in der Karre knistern hier. Fahre ich mal lieber an den Rand. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Forza Horizon 4 wieder. Da würde ich sagen, danke, trotz der Scheiß-Folge. Ich muss es mal kurz raushauen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, Abo und Glocke. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Du bist auch.